Hallo Freunde, mein Name ist Orkan Asimov und heute beantworte ich eine neue Zuschauerfrage, die ich vor kurzem per E-Mail bekommen habe. Und zwar fand ich diese Frage echt sehr interessant, gut und wichtig und wollte sie unbedingt in meinem Video hier beantworten. Ich lese euch die Frage jetzt einfach mal vor und werde sie danach beantworten. Hi Orkan, ich bin 22 Jahre alt und habe circa fast ein Jahr lang jeden Tag gekifft. Nun habe ich seit einem Monat nichts mehr angefasst und es fiel bzw. fällt mir sehr leicht, keinen THC mehr zu konsumieren und will nicht wieder damit anfangen. Aber merke jetzt, dass eine kleine innere Leere in mir ist. Am Anfang hatte ich ein Gefühl, nicht wirklich in der Gesellschaft anwesend zu sein, aber muss auch sagen, dass ich ein sehr ruhiger Mensch bin. Jeder Tag kommt mir gleich vor und habe wenig Freude am Leben zurzeit. Irgendwie ist die Luft draußen. Ich hatte mal eine kleine depressive Phase im Leben, aber zurzeit habe ich ein riesiges Down und dies macht mir sehr Angst. Die innere Leere merke ich auch im Kopf. Ich habe so etwas wie kleines Drücken. Diese innere Leere fühlt sich so an, als wäre ich in meinem eigenen Körper gefangen. Ich habe mit dem Kiffen aufgehört, nachdem ich mich zum Testen von MDMA überreden ließ. Natürlich haben mir die Glücksgefühle vom MDMA im Rausch sehr gut gefallen, weil ich im Allgemeinen eher pessimistisch bin und nicht ein Mensch bin, der sehr viel Freude empfindet. Eine Woche nach dem ersten Mal habe ich dann das zweite Mal MDMA konsumiert mit THC, was mein Körper gar nicht verkraftete und ich eine Überdosis mit einem Horrortrip hatte. Letzte Woche hatte ich fast diese innere Gefangenheit fast weg, aber als ich letztens mit Arbeitskollegen feierte und über den Durst Alkohol trank, kam dies direkt am nächsten Tag bis heute wieder. Ich trinke eigentlich sehr selten bis gar nicht Alkohol. Wie bekomme ich dieses Gefühl los? Ich weiß, dass ich mehr Sachen unternehmen muss, die mir Freude bereiten und an denen ich interessiert bin, aber in meiner Kifferzeit hatte ich dieses Gefühl gefangen in meinem Körper nicht und war sozusagen in reinem mit meiner Seele, obwohl ich eine kleine Unzufriedenheit immer in mir trug. Hast du Tipps, die mir weiterhelfen könnten? Ich fühle mich manchmal einfach nicht anwesend und wenn dieses Gefühl sehr schlimm wird, fühlt sich meine Umgebung für mich kurze Zeit nicht real an. Ich bin ein Mensch, der sehr viel über sein Leben nachdenkt und seiner Umgebung. Bin halt eher ruhig, aber nicht schüchtern oder so. Ich denke mir, dass dieses Thema gut zu deinen Videos passt, weil ich selber mitbekomme, dass Kiffen immer mehr eine Reichweite in Deutschland bekommt. Wäre froh, wenn du ein Video über dieses Problem machen würdest, also Drogen und Psyche oder innere Leere besiegen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ja, eine sehr wichtige Frage, weil wie er auch gesagt hat, bekommt das Kiffen, also das Cannabis allgemein immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr Menschen konsumieren die Droge und immer mehr Menschen konsumieren auch die Droge regelmäßig, was dann zu solchen Problemen führen kann. Du musst es halt so sehen, wenn du dir extern was in deinem Körper zuführst, in dem Fall eine psychoaktive Substanz, und das jeden Tag über ein Jahr lang, das ist, was in deinem Körper ändert, das ist, was mit deinem Körper bzw. mit deinem Gehirn macht. Es ist auch bewiesen worden, dass bei solchen regelmäßigen Konsumenten sich was im Gehirn verändert. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir der Fall ist, aber du hast dir die Droge täglich zugeführt und demnach hat sich dein natürliches Cannabinoid-System im Körper dran gewöhnt und hat nicht mehr eigene Cannabinoide produziert. Und das Cannabinoid-System ist für den Menschen sehr, sehr wichtig und regelt sehr viele Dinge im Körper, wie zum Beispiel dein Schlaf, dein Appetit, dein Glücksempfinden und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich diese Droge weglässt, dann fehlt dem Körper was und er muss sich wieder dran gewöhnen, selbst die Cannabinoide zu produzieren. Der Körper erholt sich auch wieder, aber das Ding ist, dass dir trotzdem psychisch was fehlt, denn du hast eine viel größere Menge an den Cannabinoiden zugeführt. Also natürlich würdest du das nicht hinbekommen, beziehungsweise dein Körper würde natürlich niemals so viel herstellen können, wie du dir so von außen zugeführt hast. Und jetzt fehlt dir natürlich dementsprechend was und du fühlst diese innere Leere. Das ist vollkommen normal und das berichten sehr viele Cannabiskonsumenten, die auf regelmäßiger Basis Cannabis konsumiert haben. Eine nicht so gute Sache in dem Fall ist weiterhin, irgendwelche anderen psychoaktiven Substanzen zu sich zu nehmen, wie du in dem Fall das mit dem MDMA gemacht hast. Deine Psyche muss sich jetzt erholen. Da ist es einfach kontraproduktiv, wenn du dir noch weitere Substanzen, die dein Körper in dem Fall nicht mal kennt, nimmst. Selbst Alkohol sollst du nicht trinken. Und ich würde dir sogar empfehlen, selbst Kaffee, also Koffein, nicht zu konsumieren, damit sich deine Psyche komplett regenerieren kann. Denn in dem Fall wirkt auch Kaffee auf deinen Dopamin-Haushalt und auch auf deinen Noradrenalin-Haushalt, was nicht so förderlich wäre, wenn du willst, dass sich deine Psyche erholt. Also mein erster Ratschlag wäre in dem Fall, dass du komplett alle Drogen, alle psychoaktiven Substanzen weglässt. Das, was du auch beschrieben hast, du fühlst dich irgendwie nicht in deinem eigenen Körper und so weiter und so fort, das ist eine Dissoziation. Und die wird erstmal bleiben. Das kommt natürlich von den Drogen. Die wird aber höchstwahrscheinlich gehen, wenn du jetzt, wie gesagt, meinen ersten Tipp befolgst, mit allen psychoaktiven Substanzen komplett aufzuhören. Der zweite Tipp ist, dass du anfängst, Sport zu machen. Denn deine Aufgabe ist jetzt, die Drogen zu ersetzen. Egal wie hart es klingt. Man fühlt sich jetzt eventuell wie ein Junkie, wenn man das jetzt hört. Aber man muss die Droge ersetzen, ganz klar. Sonst fühlst du dich leer, weil dein Körper bekommt nicht das, was er eine lange Zeit bekommen hat. Wenn du jetzt also dieses leere Gefühl nicht ertragen kannst, musst du dem Körper einen Ersatz geben. Und in dem Fall natürlich keine andere Droge, wie du es bis jetzt gemacht hast, sondern Sport. Mach Sport. Mach aktiv Sport. Mach am besten sogar jeden Tag Sport. Geh am besten joggen. Das kostet nichts. Du kannst einfach raus und joggen. Und so regst du natürlich die Glückshormonproduktion an und fühlst dich danach auch viel besser. Und tust auch natürlich deine Gesundheit sehr Gutes damit. Und wenn du auch eventuell übergewichtig bist, nimmst du auch ab. Du kannst auch Krafttraining machen, also mit Gewichten trainieren und somit deinen Testosteronspiegel steigern. Und wenn du deinen Testosteronspiegel steigerst, dann wird auch mehr Dopamin ausgeschüttet und du hast mehr Motivation. Dinge machen dir auch mehr Spaß. Und du fühlst dich allgemein auch besser, aktiver und selbstbewusster. Dafür musst du dich einfach in deinem Fitnessstudio anmelden und drei bis vier Mal die Woche dahin gehen. Und die dritte Möglichkeit zum Thema Sport wäre jetzt einfach, dich irgendwo in einem Verein anzumelden. Mach irgendeine Sportart, die dir Spaß macht. Sei es Tennis, Fußball, Kampfsport, egal was. Einfach irgendwas, was dir Spaß macht, wo du hingehst. Und wo du einfach diese Dinge, die ich eben erwähnt habe, in deinem Körper natürlich aktivieren kannst und somit dich besser fühlen kannst. Und somit quasi das, was dein Körper nicht mehr bekommt, ersetzen kannst. So, das war also jetzt der zweite Tipp, was du gegen deine innere Leere aufgrund des Kiffens beziehungsweise aufgrund des Verzichts auf Cannabis tun kannst. Der dritte und letzte Tipp wäre, dass du ab heute anfängst, jeden Tag zu meditieren. Dafür setzt du dich einfach jeden Tag, entweder morgens oder abends, für am Anfang am besten 10 Minuten und danach arbeite dich auf 20 oder 30 Minuten hoch und mach das auch regelmäßig. Also am besten wirklich jeden Tag und am besten auch später zweimal am Tag. Also einmal morgens und einmal abends für die maximale Wirkung. Wie du das machst, ist ganz einfach. Du setzt dich also einfach hin und konzentrierst dich einfach auf deinen Atem. Und wenn irgendwelche Gedanken kommen, ist es gar nicht schlimm. Du beobachtest diese Gedanken einfach und konzentrierst dich weiterhin auf deinen Atem, wie du ein- und ausatmest. Hört sich sehr einfach an, ist es auch. Am Anfang kann es für einen eher ungewöhnlich sein, so still zu sitzen und sich nur auf den Atem zu konzentrieren. Man kann am Anfang sehr unruhig werden, aber mit der Zeit gewöhnst du dich daran und mit der Zeit wirst du merken, wie viele Vorteile du durch die Meditation hast. Und wenn du wissen willst, welche Vorteile du durch die Meditation hast, sowohl körperliche als auch psychische, dann kannst du dir mein Video, ich glaube 13 Vorteile der Meditation anschauen. Den Link werde ich dir unten in der Beschreibung verlinken. So, das waren jetzt meine Tipps für dich und an alle anderen, die ein ähnliches Problem haben. Ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen und ich wünsche dir auch viel Erfolg und alles Gute auf dem Weg. Ich bin mir ganz sicher, dass du es schaffen wirst, wenn du diese Tipps befolgst. Du musst nur dranbleiben und du musst die ganzen Dinge regelmäßig tun, damit du auch eine spürbare Wirkung bekommst. Denn du hast auch sehr lange deinem Körper eine Droge zugeführt, die Dinge in deinem Körper durcheinander gebracht hat. Und jetzt musst du das wieder in Ordnung bringen und das wird auch eine Weile dauern. Deswegen erwarte keine schnellen Erfolge, sonst wirst du schnell enttäuscht sein und wirst das alles lassen. Wie gesagt, ich wünsche dir viel, viel Erfolg und an alle anderen, die auch Fragen haben, ihr könnt mir sie jederzeit stellen und ich werde sie in meinen Videos beantworten. Schreibt mir einfach eure Frage auf diese E-Mail-Adresse hier, info at deinneuesich.de und ich werde eure Frage in meinem Video beantworten. Wenn ihr euch selbst weiterentwickeln möchtet und das Beste aus euch selbst rausholen möchtet, dann würde ich euch mein kostenloses E-Book die Selbstbewusstseinsformel ans Herz legen. Mit diesem E-Book bekommt ihr die Tipps, die mir dazu verholfen haben, also 10 Schritte, die mir dazu verholfen haben, ein großes Selbstbewusstsein zu bekommen und das Beste aus meinem Leben zu machen. Denn ich war früher ein sehr schüchterner Mensch, der voller Angst war und der sich viele Dinge nicht getraut hat und der depressiv und unglücklich war. Und mit diesen Schritten habe ich es geschafft, aus diesem Loch rauszukommen. Und mich persönlich weiterzuentwickeln. Und deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall das Buch. Es ist komplett kostenlos, also ihr habt nichts zu verlieren. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und falls ihr meinen Kanal abonniert habt, dann drückt auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpassen werdet. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin. Peace!